Mal sehen, was sie aus dieser aussichtsreichen Situation machen. Die perfekte Gelegenheit, die Führung auszubauen. Einfach traumhaft! Klasse Abschluss! Super! Das dürfte definitiv die Entscheidung gewesen sein. Ein fantastischer Treffer, den wollte er genauso. Bei ruhenden Bällen gibt es kaum einen Spieler, der für so viel Torgefahr saugt wie er.